Ein Spiel jagt das nächste und auch wenn das bei den Teams noch relativ entspannt aussieht, sind die schon in der Vorbereitung fürs nächste Match. Wir freuen uns nochmal auf das Team El Margo und wieder auf das Team Weiler. Team der Herzen, Team der Anfänger, aber auch ein Team für einen möglichen Sieg heute, um eines der besseren Teams oder sogar einen der Favoriten zu kitzeln. Ja, wir werden sehen. Also Team El Margo bisher schwanken jetzt schon so bei 2 zu 2 nach Siegen. Letztes Spiel auch für das Team El Margo. Die wollen jetzt mit der Tendenz auch nochmal rausgehen. Team Weiler möchte den ersten Sieg haben. Also von daher, ich glaube, das wird spannend und vielleicht psychologisch gar nicht so unvorteilhaft, dass sie jetzt anscheinend auch beginnen mit der Runde und dann wirklich die Messlatte hochlegen können. So, da geht's los. Eure 60 Sekunden. Oh, da fliegen einige Becher am Anfang. Guter Auftakt von Team Weiler, die sich gut übers Feld verteilt haben. Und den Tipp von mir von vorhin beherzigen. Die versuchen nämlich, jetzt mal die Etagiere außen vor zu lassen. Die haben immer diese Etagenbettchen mit dieser Rückwand versucht, aufs Korn zu nehmen. Das haben die immer versucht und haben da mehrmals wirklich Becher getroffen und waren leicht frustriert, dass sie das nicht geschafft haben. Aber jetzt lassen sie die aus, laden jetzt die Blaster nach. Funktioniert im Prinzip alles recht gut und sieht auch recht solide aus. Da sehe ich einige Becher liegen. Hier wird nachgeladen. Die Zeit müssen sie natürlich im Blick behalten. Jetzt sind sie wieder an der Etagiere. 15 Sekunden, jetzt wäre die Zeit zum Einsammeln. Vor allen Dingen, wenn man jetzt noch nachladen müsste, dann muss man jetzt einfach mal anfangen einzusammeln. 8 Sekunden, die Zeit verrinnt sonst. Und liegen da noch Becher? Ja, da oben auf dem Fass liegt noch einer. Nicht alles eingesammelt. Das ist wieder... Aber war das jetzt zu spät? Bisschen, ne? Minimal. Es sah ein bisschen zu spät aus. Eigentlich, wie gesagt, taktisch sehr gut gemacht. Jetzt hören wir gleich den Punktesstand. 10. 10 Becher. 11. 11. 11. 11 sind es. Sehr gut. 11 Becher. Sehr gut. Genau, die Bände, die Kabinett hinlegen. Damit sind sie für sich, sage ich mal, im Mittel ihrer Möglichkeiten. Also sie bleiben da konstant drin. Aber Team El Mago wird das wahrscheinlich schlagen können. Ja, also das müsste zu schlagen sein. Man darf es, wie gesagt, nie unterschätzen. Manchmal trifft man besser, manchmal trifft man schlechter. Es ist tatsächlich immer von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Aber es sollte tatsächlich doch sehr im Bereich des Möglichen liegen, um die 11 Becher von Team Weiland jetzt noch mal zu klagen. Ja, da ist Team El Mago. Schon am Fertigmachen. Verteilen noch kurz Armbinden, Munitionieren auf. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Schöne Einstellung, die wir hier gerade bekommen von der Regie. Und das ist die El Mago-Minute, um 11 Becher zu toppen. Ja, da sehe ich schon die ersten fliegen. Da wird getauscht, das Magazin. Ja, Conny und unser NDBL-Mitspieler bearbeiten so ein bisschen die rechte Seite. Conny wendet sich jetzt weiter nach links, hat wahrscheinlich rechts schon einiges abgeräumt und würde das ja nicht machen. Hatte aber noch einige Herausforderungen stehen und muss jetzt das erste Mal nachladen. So, dann haben wir den Luxe-Player, der bei 25 Sekunden anfängt abzuräumen. Das heißt, er müsste eigentlich alles getroffen haben. El Mago ist immer noch... Ah, ja, gut, El Mago. Das war stark. Der ist nicht gefallen und an dem Nachschuss hast du gesehen sofort gefallen. Das war dreimal ganz stark geschossen an den Fässern. Sehr, sehr stark. Ich glaube, das ist auch topper. Drei Sekunden noch. Habt ihr noch irgendwo Becher? Nein, alles abgegrast. Die letzten drei Sekunden waren wieder ineffizient, aber ich sage mal, mit drei Sekunden kann man legen. Da ist es gelaufen bei El Mago. Das siehst du auch sofort bei ihm und beim ganzen Team. Da sind die Köpfe oben. Da ist das Grinsen auf den Lippen. Lippen, 20 Becher. 20 Becher. Eben gerade mal 11 gegen 2. 11 zu 20 gespielt. Da freut sich natürlich das NDBL-Blasterherz. Und mit einer positiven Tendenz ausgestiegen. 3 zu 2 Siegen nach fünf Partien für das Team El Mago. Also bin gespannt, wie zufrieden er mit der heutigen Tagesreise ist. Ich frage direkt. Oh, schon drauf. Egal. Als erstes machen wir erstmal ein Erinnerungsfoto. Hab ich schon gesagt, dass ich Fan von eurem Team bin? Ja, Team der Herzen. Team Weilermann. Die Underdogs, aber... Ich kann ihn noch. Ich kann ihn noch. Ich kann ihn noch. Erzähl, wie war es? Dein Tipp hat mir super geholfen, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie es mit meinem Team gewesen war. Da gab es, glaube ich, ein paar Probleme mit den Blastern, weil die halt mit welchen gespielt haben, die die noch nicht benutzt haben. Deswegen haben die, glaube ich, Probleme gehabt. Aber ich hatte meinen Surgefire und deswegen ging bei mir alles super. Sehr gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen Sieg. Wir sehen uns später. Mach dich. Ja. Sehr gut. Sehr geil. So. Kommen wir mal zum Wesentlichen. Ja, ich kann auch Selfies. Alle machen Selfies von El Mago. Ich muss jetzt auch mal machen. Ja, rückenswank. Ja, es ist so. So, ausgestiegen, Bilanz 3-2. Zufrieden? Zufrieden. Ist voll in Ordnung. Wie gesagt, kurzer Rückschlag hatten wir, dass einer das ist. Ja, gefehlt hat ein guter Mann, den wir, wir haben uns ja echt so ein bisschen schon bei dem Trainingslag echt eingeschweißt als Team. Und das war so ein kleiner Rückschlag. Aber ich glaube, mit einer Bilanz von 3-2, das kann man, das kann sich blicken lassen. Das ist voll okay. Und klar, hätte man auch jedes gewinnen können, aber wir sind zufrieden. Wir sind alle zufrieden. Habe ich auch in den Augen der anderen gesehen. Wir sind zufrieden. Sehr gut. Also Bilanz 3-2, ich finde, da kann man nicht meckern, vor allem, wenn man Ersatz geschwächt ist. Und ich würde sagen, McCabe, das nächste Mal ist er halt wieder am Start in Köln. Ja, hoffen wir es. Ja, also hat er mir auch geschrieben. Er ist das nächste Mal höchstwahrscheinlich wieder mit am Start. Und dann kann nochmal ordentlich gepowert werden. Und es hat mega Spaß hier heute gemacht. Und ja, all in all. Mit euch auch. Cooles Ding. Guten Heimweg. So, wir haben noch ein paar Spiele. Bis gleich.